Hey Leute und die große weite Welt da draußen, heute mein drittes Tutorial schon. Ich werde euch zeigen, wie ihr den Effekt vom Page wechseln könnt. Wie ihr gerade schon hier seht, ich habe jetzt Curl and Roll Away eingestellt. Das ist eine Einstellung von dem Programm Barrel. Das ist eine City-A-Tweak, die ich echt gut finde, die ich auch immer anhabe eigentlich, weil mir das ein bisschen zu langweilig ist, wenn das einfach nur normal wechselt. Ähm, zuerst öffnen wir wie immer City-A, das lädt jetzt schon wieder, so lange. Ja, äh, falls jemand weiß, wie und ob man ein iPod übertakten kann, schreibt mir das bitte in die Kommentare, weil das würde ich echt gerne mal wissen, weil mein iPod richtig langsam geworden ist, seit ich den Jailbreak habe. Oder, oder ob es irgendwelche Programme gibt, die ein iPod ein bisschen schneller machen. Ähm, also geben wir einfach Barrel in die Suchleiste ein. Jetzt wird geladen. Jetzt sollte der relativ viele, äh, verschiedene Barrels finden. Aber ich werde euch zeigen, welches das beste Barrel ist und welches ihr mit den meisten Möglichkeiten benutzen könnt. So, hier, ähm, das erste Barrel, also das erste, zweite, dritte, vierte Barrel, beziehungsweise das erste Barrel mit dem wirklichen Barrel-Zeichen, wo ich gerade auch drauf geklickt habe. Jetzt lassen wir es erstmal laden. Und jetzt klicken wir einfach, wie immer, auf Installieren. Ihr drückt dann noch auf Bestätigen und so weiter. Wenn ihr das gemacht habt, wird es automatisch installiert. Dann öffnet ihr die Einstellungen. Jetzt lädt das bestimmt schon wieder lange. Ah, hat, war gar nicht so lang. Dann geht ihr hier unten auf Barrel. Ähm, geht ihr auf Mode und sucht euch hier eins aus. Ich empfehle euch Curl and Roll Away oder Curl and Roll Away Alternate. Also es gibt wirklich viele Effekte, wie Cube Inside, Cube Outside, alles. Äh, die kann ich euch jetzt nicht vorstellen, weil sonst das Springboard neu startet und meine Aufnahme stoppt. Also, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Das Programm wird euch garantiert gefallen. Lasst mir einen Kommentar da und abonniert mich. Äh, dann bis zum nächsten Tutorial.